Herzlich Willkommen zu einer weiteren Skin-Vorstellung. Ja, der Sizzle Sergeant oder Sergeant Brutzel ist im Spiel und kaum hat der Grill Sergeant seine Lady an seiner Seite, gibt es hier auch schon Real-Life-Dramen, die sich da abspielen. Hier wird geheult ohne Ende. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item-Schlauch unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. I say Drama Baby, Drama Baby, Drama Baby. Da, oh mein Gott. Sie hat jetzt eben gerade erfahren, dass ihre Freundin mit dem Grill Sergeant ein Verhältnis hat und da, oh mein Gott. Ja, wir steigen jetzt mal direkt in das Gameplay ein von dem Einspieler. Wir haben jetzt hier zwei Spieler mit drin. So, dann lassen wir es einfach mal laufen. Hier haben wir auch gleich Messer und Gabel. Messer und Gabel im Game. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Fork and Knife. Und da, klar. Das ist dann ein anderes Gameplay und, oh der hat sogar getroffen, das waren 150. Kaum zu glauben. Und den noch gekillt. Ja gut, da wird einfach irgendeiner geholt. Das ist übrigens der andere neue Skin, der jetzt momentan durch die Herausforderungen erspielbar ist. Das ist dann ein anderes Gameplay und, oh der hat auf mich geschossen. Okay. Den hatte ich mir da unten gerade geholt. Ah, und zu dem wollte ich zum Schluss noch rein, genau. Ja. Da war ich dann, genau. Jo. Ja. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch wieder neue Skins vorstelle im Gameplay. Jo. Machts gut, bis dann und Tschüss. ... ... ... ...